hallo willkommen zu einem neuen video im fall julia f und zwar habe ich ja das video gemacht dass die julia immer wieder nachts aufwacht und schreit sie würde ja im november 2018 bei den eltern herausgenommen hätte eigentlich laut gerichtsbeschluss seit juli 2019 schon längst wieder zurück bei den eltern sein sollen und ich habe in dem video gesagt dass es wohl deshalb so ist dass die julia nachts wach wird und zum teil stundenlang schreit weil sie traumatisiert ist von der herausnahme bei den eltern und da hat dann auf youtube jemand einen kommentar geschrieben die nana la rosa dass es sich hier wohl um eine baubli behinderungsstörung bindungsstörung handeln könnte und da geht es um den psychoanalytiker und kinderpsychiater john balby der hat eine bildungstheorie entwickelt war ein britischer kinderarzt kinderpsychiater psychoanalytiker und wenn ihr hier auf wikipedia recherchiert und zu bindungsstörungen etwas lest dann könnt ihr hier sehen dieser abschnitt hier ist interessant den sehe ich auch hier relevant für den fall julia f balby sah in der längeren trennung des kindes von seinen bezugspersonen den ausgangspunkt für eine pathologische entwicklung psychische deprivation gemeint sind da mit zeiten von mehreren wochen mindestens aber zwei monaten und die julia f ist ja nun schon seit über einem jahr nicht bei ihren eltern zu hause die julia sieht zwar ihre eltern einmal die woche für ich glaube drei stunden und das ist dann aber alles da wundert es einen doch nicht dass das kind nachts wach wird schreit andere kinder weiß zum beispiel und da steht eben auch hier auf wikipedia wo habe ich es drin hier andauernde trennungen von einer bindungs person löst nach balby einen mehrphasigen trauerprozess aus im zuge dessen die trennung mehr oder weniger gut verwunden wird notwendige momente der trauer sind die unrealistische suche nach der bezugsperson sowie aggression und wut und die julia hat offensichtlich aggression und wut mit der sie nicht umgehen kann woher die zweieckige natürlich nicht weiß woher die kommt und es sieht doch ganz so aus wie eben der kommentar und der nana la rosa hier nahelegt dass die julia f eine bindungsstörung hat die durch das jugendamt alp donau kreis die außenstelle ehingen verursacht wurde indem das kind offenbar illegal herausgenommen wurde nicht zurückgegeben wird trotz gerichtsbeschluss und sich hier nichts tut danke fürs zuschauen wenn ihr benachrichtigt werden wollt über weitere zukünftige videos dann abonniert doch bitte unseren kanal auf youtube und vergesst nicht auf die glocke zu klicken und die einstellung so zu machen dass ihr über alle videos benachrichtigt werdet